Baddha-Hasta-Utkanasana ist der Yoga-Sitz im Stehen mit gefalteten Händen. Uttkatasana ist eine wunderbare Übung zur Stärkung der Oberschenkel- und Gesäßmuskeln, also Quadriceps und Gluteus Maximus. Und du kannst dich vorne auf die Matte stellen oder auch ohne Matte, die Knie beugen und dann die Hände hinter dem Rücken falten. Das Gefalte der Hände, das ist, hat Baddha-Hasta. Du könntest auch mit den Händen an die Ellbogen fassen, auch das wäre Baddha-Hasta. Indem du die Hände hinter dich gibst, wird dein Oberkörper stärker nach vorne gebeugt werden. In der Grundstellung sind dir die Arme eher oben und dann kann dein Rücken gerade sein. Aber in Baddha-Hasta-Utkatanasana musst du das Becken tief haben und wirst dich mit dem Rücken etwas nach vorne beugen. 1 2 3